Willkommen zum Training für Warzone. In Warzone ist jeder Operator mit einer Schutzweste ausgerüstet. Nimm dir eine Panzerplatte vom Tisch. Schieb die Platte in deine Weste. Gut gemacht. Rücke zum nächsten Bereich vor. Triff alle Ziele. Stütz deine Waffe auf Deckung auf, während du die Zielvorrichtung nutzt. Triff die Ziele mit der aufgestimmten Waffe. Sie ist gepanzert. Achte auf das Geräusch brechender Panzerung. Hörst du das? Das bedeutet, dass die Panzerung Geschichte ist. Aufstützen stabilisiert deine Waffe und eignet sich für Gefechte auf mittlere bis weite Entfernungen. Prima, wirklich gut. Die Taktikkarte ist eins deiner nützlichsten Hilfsmittel. Auf der Taktikkarte findest du optionale Missionen, auch bekannt als Aufträge. Schließe Aufträge ab, um Belohnungen für dein Team zu verdienen. Finde den Auftrag und nimm ihn an. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Rücke zum nächsten Bereich vor. Sehr gut. Bei diesem Auftrag musst du drei Vorratskisten öffnen. Das Anliegen des Auftrags wurden vier Kisten auf der Karte markiert. Such und öffne die Vorratskisten. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Nimm dir an Beute, was du willst. Sonst muss ich den Mist noch wegräumen. Vorratskisten machen ein Magnatis-Geräusch, wenn du nah bist. Deine Beutesuchfähigkeiten sind erstaunlich. Rücke zum nächsten Bereich vor. Gut gemacht. Beute und Geld finden sich üblich an den Gebäuden. Such noch etwas Geld. Mal sehen, was du findest. Finde noch mehr Geld. Gut gemacht. Mit Geld kannst du an Vorratsstationen, Abschussserien und andere Spezialgegenstände kaufen. Vorratsstationen werden von der Taktikkarte markiert. Gut gemacht. Vorratsstationen erlauben es dir, Teamkameraden von den Toten zu erwecken, Abschussserien zu kaufen und mehr. Kauf eine Ausrüstungslieferungsmarkierung. Gut gemacht. Und halte dich vom Rauch fern. Über eine Ausrüstungslieferung kannst du eine vollständige Ausrüstung wählen. Eine Ausrüstungslieferung ist in Warzone Battle Royale der einzige Weg, Extras, bestimmte Waffenaufsätze zu bekommen. Gut gemacht, Kumpel. Kauf weitere Ausrüstung oder rücke zum nächsten Bereich vor, wenn du so weit bist. Wir sind doch zufrieden, Dietrich! Hier, auf den Boden! Du kannst abgeschossene Teamkameraden wiederbeleben, wenn du in ihrer Nähe bist. Nähere dich einem Teamkameraden und belebe ihn wieder. Ich hab dich! Ich hab dich! Danke. Gut. Sehr gut. Gut gemacht. Du kannst alles in der Welt für dein Team anpingen. Ping eine Panzerplatte für dein Team an. Panzerung geortet. Danke. Solide. Wähle eine Position und markiere sie. Panzerung geortet. Danke schön. Markiere eine Position für deine Teammitglieder. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Verstanden. Gut gemacht, Kumpel. Du kannst auch feindliche Gebiete für dein Team anpingen. Ich deklariere die Ziele als feindlich. Bin unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Feinde im Gebiet. Feinde im Gebiet. Feinde im Gebiet. Feinde im Gebiet. Du kannst dein Team aber auf andere Art unterstützen. Verstanden. Du kannst die Gegenstände aus deinem Gebiet mit deinem Team ablegen. Das nennt man Teamwork. Immer vorsichtig mit dem Teamwork. Am Ende gewinnst du noch. Gut gemacht, Kumpel. Sprinte zur Evakuierung. Die nächste Aufgabe wartet bereits. Erledigt. Tötet den Rest. Adler, gehör mir. Wir sehen uns in der Hölle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.